Es gibt die Klettbänder ja. Ich hab die nicht. Jedes Mal verdattel ich die. Und du hör auf hier. Nicht so in dem Ton. So, jetzt haben wir ein Hecht. Naja, so muss das doch. Ja, so läuft es bei uns hier die Spuren. Einfach in der Kirschade. Feuer frei. Es wackelt ganz schön doll. Es wackelt wirklich ganz schön doll. Die Straße ist so scheiße geworden. Also die Sonne die letzten Tage. Die Straße war ja schon nicht so gut. Aber jetzt ist die schon so wellig geworden. Also hier ist 15. Es ist gerade schwierig hier mit 15 lang zu fahren. Merkt ihr was Leute? Ich wollte erst mal guten Morgen sagen. Und herzlich willkommen zu der nächsten OSA-Folge. Und der Quatsch schon wieder wie am Fließband. Ja, ich hab mit Bedürfnis heute zu reden. Mal gucken was da passiert. So, wir sind auf dem Weg zum Wasser. Wir wollen heute nochmal ein paar Räuber irgendwie überlisten. Und zwar an der Oberfläche. Denn, wie es da aussieht, verlässt uns der Sommer so ganz langsam. Also wir haben ja mittlerweile schon Ende August. Oder Anfang September. Man weiß es nicht ganz genau. Also ganz genau sagen wir euch das natürlich hier nicht. Und ja, wir müssen es einfach nochmal ausnutzen. Das ist das Allerwichtigste. Also irgendwann ist die Topwater-Zeit auch mal vorbei. Und deswegen haben wir uns heute gedacht, ja, wir probieren es nochmal. Und wir machen heute eine Premiere. Aber das sagen wir euch nachher am Wasser. Carsten, was hältst du davon, wenn wir erstmal dort zum Bäcker fahren? Ich wäre eh dran vorbeigefahren. Also, und die kennen dich. Ohne Kaffee. Du bist ja kein Mensch. Funktioniert nicht. Ne. Das ist wie ein Snickers. Ja, da sind wir angekommen beim Bäcker. Eine kleine Stärkung brauchen wir natürlich. Carsten, was holen wir uns jetzt? Ja, dem was übrig bleibt. Weil der Bäcker hat vor sieben Minuten aufgemacht. Die Schlange ist immer noch lang und immer noch nicht weg. Die rufen glaube ich alles auf. Wir haben gar keine Chance. Wahrscheinlich bloß ein trocknet Brötchen. Was runtergefallen ist. Das werden wir wahrscheinlich bloß auch kriegen. Ne, würde es nicht werden. Wahnsinn. Vielleicht noch Kaffee. Mal gucken. Ohne Fall nach Kaffee. Ach Leute, das kann jetzt dauern. Also die Schlange ist wirklich nicht so klein. Aber was will man machen? Ich habe Durst, ich habe Hunger. Aber Carsten besorgt jetzt alles. Da steht er und wartet und wartet und wartet. So Carsten wird gleich kommen. Also die Schlange ist jetzt doch noch ein bisschen länger geworden. Und ihr werdet es nicht glauben, wenn ich jetzt entdeckt habe. So. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wen man nicht alles hier so trifft. Ach ja. So. Gehen wir mal gucken. Na wen haben wir denn da? Servus liebe Angelfreunde würde ich jetzt sagen. Aber es ist nicht mein Film. Mahlzeit. Mensch. Hallo. Mensch, was macht ihr denn hier? Gibt es denn sowas? Also wir haben dich schon gesucht. Man sieht ja in deinen Filmen, dass du sehr gut fängst. Oder ihr. Das ist die Spotlight. Ja, ganz genau nicht. So wie Uli Beyer das schon immer sagt. So ungefähr. Jetzt sind wir hier. Und ganz zufällig sind wir hier am Bäcker. Und wir wissen ja, dass ihr mal Bäcker 30. Das haben wir schon mitgekriegt aus den Filmen. Sonst wärt ihr ja beliefert. Heute habt ihr euch das selber geholt. Ja. Und wir warten jetzt erstmal hier wo ihr hinfahrt. Genau. Ihr müsst auch ein bisschen warten, weil die Schlange... Obwohl. Ne, wird ein bisschen weniger. Stimmt allerdings. Hier stand jetzt eine Stunde. Oder weil sie sagt, Carsten stand eine Stunde. Ich hab für uns das Essen hier organisiert. Machst du sehr gut. Und was zu trinken. Gerne, gerne. Fantastisch. So. Und dann holt euch mal was zu essen. Machen wir. Ja. Und dann verhaftet mal ein paar Fische. So. Machen wir das. Und ihr dann vielleicht auch. Wo auch immer ihr hinfahren werdet. Tja. Das werden wir nicht beraten. Wir werden es jetzt nicht. Petry. Tja Leute. Da kann man mal sehen, wie man hier so alles trifft, wenn man angeln fährt. War? Hättest du das gedacht? Ne. Das hängt auch nicht damit gerechnet, dass Thomas und Anne mal ganz spontan hier zu Besuch kommen. Mannometer. Und jetzt aus Versehen schon mal vorfahren. Und uns dann nachfahren. Die warten wir schon da hinten. Nein, Quatsch. Wir haben uns gesagt, wir fahren an den anderen die Wässer. Genau. Und haben wir natürlich noch ein dickes Petry gewünscht. Und dann gucken wir mal, was wir gleich rauszotteln. Und das wünschen wir uns auch. Das wünschen wir uns selber auch heute. Genau. Richtig. So, ich freue mich jetzt immer auf meinen Kaffee. Und dann fahren wir jetzt erstmal zum Gewässer. So, wir sind da, Freunde. Ah, ist das schön. Was machst du denn da schon wieder? Ne, das sparen halt abhören. Aha. Na ja, muss auch mal sein. Selbstverständlich. So, wir sind da, Freunde. Hier ist das Boot. Brauchen wir gleich. Und wie gesagt, wir haben eine Premiere heute. Denn wir befinden uns ja hier quasi an einem schönen Kanal. Und wir waren an diesem Kanal noch nie mit dem Boot drauf. Tatsächlich. Sondern immer nur am Ufer unterwegs. Haben es ja hier immer so schön auf Rapfendöbel und Barsch probiert. Und heute mal gezielt vom Boot aus. Und ich glaube, da freut der sich auch ganz doll, oder? Selbstverständlich. Dann können wir die Spots viel besser anfahren. Und ich denke, es knallt einfach. Ich denke auch. So, wenn wir da stehen, die Fotos machen und es feiern. Du, haben wir das letzte Mal auch gesagt. Und was ist dabei rausgekommen? Ja, naja, man muss ja mit dem, mit dem positiven Gedanken rangehen, dass das klappt. Und das habe ich somit vermittelt. Okay, gut. So, dann werden wir jetzt das Boot reinschmeißen. Und da geht es raus aufs offene Meer. Der erste Schritt ist schon mal gemacht. Die haben mich vergessen. Also, jetzt kommt ihr mit und ab aus Wasser. Hey, keine Sekunde draußen. Ja, erster Wurf. Dann hat sich der kleine Barschi hier einen schönen Dickspinner schmecken lassen. Na, du warst noch nicht vorbereitet. Deine Angel ist noch hier in der Verpackung. Deine Rolle liegt noch da unten rum. Was ist da los? Chris, die Fische sind heiß. Die Fische sind heiß. Na klar sind die heiß. Aber wir sind wirklich eine Sekunde draußen. Der macht einen Wurf einfach zum Testen. Boom. So ist es immer. Gut. Jetzt bereiten wir uns natürlich richtig vor. Obwohl, Carsten macht schon wieder einen Wurf. Ey, hör doch mal auf. Gibt es denn so was? Ich will auch angeln. Keine Zeit für sowas. Leute, ich drücke jetzt hier den Stopp-Knopf und dann mache ich mich auch fertig. Tja, wir haben noch eine Premiere heute. Nicht nur, dass wir hier das erste Mal mit einem Schlauchboot auf dem Kanal sind. Sondern ich weihe jetzt auch meine absolut neue Route ein hier. So, die Peak Cheap 2. Classic. Schau es dir an. So edel aussah ich dir. Wahnsinn. Ja, die ist nie gerade neu. Da ist alles noch dran. Alles noch dran. So, die wird jetzt vorbereitet. Und dann bringt sie mir hoffentlich den ersten Fisch. Das schönste ist eigentlich das hier, ne? Kennst du das? Das machen glaube ich alle gerne, oder? Ich kenne Kehle das nicht. Knistert immer so schön. Ach, kann man nachher machen? Ja, auf den Erfolg denn? Genau, pro Fisch eh mal das Knallen. Genau. Die muss immer noch so da liegen. Du darfst ja schon einmal knallen. Du hast ja gerade schon 10 Mal gemacht. Wir müssen das mal aufholen. Es gibt ja Leute, die lassen die Folie drauf, ne? Wir können so nicht sein, ne? Ich würde sagen, ich hatte auch schon mal bei einer, wo du noch die Folie drauf gehabt. Hast du das denn so abgemacht? Warum? Naja, da steht dann das Wasser drunter. Dann kommt Feuchtigkeit drin, dann schimmelt der Griff. Das war nicht gut. Dann lass ich es da drum. Halb, halb. Schnell war ich jetzt nicht, Mensch. Ja, du bist, also du hast ja eine Rolle dran, eine Schnur dran und ich habe jetzt einen Fisch dran. Der sieht sogar schon mal besser aus. So, passt der auf die Linse? Ja. Aber auf alle Fälle, na so 20, 21 Zentimeter. Schöner Barsch. Schön unter der Seerosen weggekrascht hier, ne? Ich denke, das geht die ganze Zeit erst so weiter. Hoffe ich. Und wenn Christ nicht mal einsteigen würde, dann hätten wir noch mehr davon. Ja, ich habe nicht drauf gehabt. Da hat es gerade die Raub wie Sau. Ja. So, ich bin jetzt fertig. Ich mache jetzt den ersten Wurf. Und feuer frei. Wird auch machbar sein, hier einen Fisch zu fangen. Einen. Du hast schon zwei auf Kamera. Zwei auf Kamera, genau. So, ich lasse ja mal absinken hier. Also zur Kante runter. Dann nochmal gucken. Vielleicht mal einen größeren Barsch hier fangen oder so. Das muss doch machbar sein. Die sind hier auf alle Fälle drin. Haben wir ja schon oftmals bewiesen, ne? Du. Du nicht? Mh. Mh. Also ich habe bestimmt vor 10 Jahren gefangen. Mh. Ich habe sie gesehen. Ja, wieder. Ein bisschen so was. Wieder. Rausholen. Ganz klein. Egal. Immer noch, immer noch. Oder ist noch dran. Ach nee, ist nicht dran. Doch, ist noch dran. Guck's dir an. Guck's dir an. Die Entschneiderungsfisch. Ach man. Und das mit der neuen Rute. Leute. Fantastisch. So, schnell befreit. Dann wollen wir noch einen größeren haben, ne? Ich hole auf. Ja, ich hole auf. Hast du eh nicht gefunden, ja? Ja. Und der scheint ein Stück besser zu sein. Tatsächlich. Mann, ey. Wo sind die Großen? Wir müssen uns erstmal ein bisschen durchsuchen hier, wa? Aber es hilft ja nichts. Beißt erstmal. Ist die Hauptsache. Aber die können ruhig noch ein bisschen größer werden. Hast du nicht? Ich glaube, sie werden größer jetzt. Na, zeig mal. Aha. Siehste. Siehste, du steigerst dich mit jedem Fisch. Ja. Ja, Mensch. Ich bin dran, dass ich esse. Nicht angeln. Genau so ist es. So, wir müssen es natürlich korrigieren noch. Wir machen heute nicht nur Topwater, wie wir es am Anfang gesagt haben. Wir nutzen heute alle Köder natürlich. Also eine wunderschöne Sommerangelei. So. Ah, wirklich? Jeder Fisch größer. Wenn das so weitergeht, wa? Alles gut? Zu viel gegessen, oder? War auch so schwer. So. Guck mal, der ist schon ein bisschen dicker. Sieht man auch. So, wir steigern uns. Mission 40, ne? Du hast gesagt. Mission 40. Jetzt sind wir bei ein Stück über 20. So, sieht klar. Haben wir beide schon ein Stück über 20 gefangen. Du verschwindest aus dem Bild gerade, oder? So, ich komm wieder. Guck mal, der ist er. Ja, der geht schon. Schon schöner. Wenn es jetzt so weitergeht, dann kann man sich schon auf alle Fälle freuen. Perfekt. Frühstückszeit. Lass dir schmecken. Nach den Barschen kann man das mal machen, ne? Mhm. Kann man sich mal stärken, nach den ganzen harten Drills. Mhm. Was ist denn da? Krümmeln. Mein Brot voll krümmelt. Der krümmelt mein Brot voll. Da ist hier kein Teppich drin. Die Plötzen anfüttern. Die würdest du gerne nochmal sehen. Wissen, was ich gerade verloren habe? Ein Sonnenbarsch. Ein richtig schöner. Ja. Ne? Ein paar Zeuge. Ist richtig. Ein schöner Sonnenbarsch. Ein schöner Sonnenbarsch auf Schickspinner. Hat man nicht immer. Ne, das hat man wirklich nicht so oft. Weil er war auch ein großer. Die müssen ja erstmal die Größe erreichen, dass sie auch den Jackspinner fressen können. Ja, leider hinkt der nicht so gut. Bis zum Boot. Und bevor ich den Kescher-Schattler hatte, da war ja Schattler aber halt so dieses Ranziehen. Leider abgefallen. Hm. Ist halt so. So, kurz nach deinem Sonnenbarsch. Guck mal hier. Zack. Kommt richtig an. Jawoll. So, die lassen uns echt nicht im Stich hier. Also es macht echt Laune. Da wird schon ein paar kleine natürlich wieder zwischendurch gefangen. Und immer wieder mal so eine hier. Ja. Also der Bestand ist nicht der schlechteste hier. Muss man mal sagen. Jetzt habe ich hier wieder so ein kleines Barschrudel getroffen. Ihr fühlt, der kleinste hat wieder eine Köderhäsche ab. Und eine Handvoll größer kamen hinterher und haben geguckt, was der Kollege hier macht. Ja, kriegst du nochmal nachgeworfen. Leider keine kriegt. Mach hin. Wieder einer. Ein schöner Barsch. Jetzt haben wir schon ein paar Erfahrungen für euch. Tada. Tada. Der nächste. Schöne Barsch. Guckt euch mal hier an. Krebsfresser. Klassiker. Oh, schön orange. Schöne dickerchen. Aber im Großen und Ganzen sind alle Barsche ziemlich dick hier. Sind gut genährt. Schöne, dass die unsere Köder noch Hunger haben. Ne? Weil. Wenn die schon satt sind. Wer frisst denn, wenn er satt ist? Also ich esse auch noch, wenn ich satt bin. Ja. Immer rein in die Luke. Immer rein. Wer weiß, wer den nächsten Mal hat jetzt, wa? Decken sich die Barsche hoch. So Freunde. Wir haben immer noch dick Spinner dran. So. Wir werden es immer noch beibehalten. Denn es läuft immer noch fantastisch. Aber trotzdem. Die Topwater-Angelei kommt heute nicht zu kurz. Wir werden auf alle Fälle nochmal Stickbaits ran machen und auch Popper. Aber so richtig Aktivität an der Oberfläche. Fehlenzeige. Also wirklich nur Barsche bis jetzt hier. Ja. 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 Hast du alles gesagt. So. Jetzt haben wir ein Hecht. Naja, so muss das doch. Ja. So läuft es bei uns hier. Die springen uns einfach in den Kescher rein. Schau mal. Und ich hab dir noch gesagt, ey, wir müssen doch mal ein Hecht fangen. Das stimmt allerdings. Also Hecht ist das halt. Ihr habt schon lange kein Hecht mehr von uns gesehen. Ne. Jetzt schon. Also wenn man jetzt mal guckt, ne. Die ganze Strecke, die wir jetzt hier lang gefahren sind. Wirklich die ganze Strecke hier. Kein Hechtkontakt, sondern nur Barsche. Und jetzt haben wir den ersten. Hier haben wir den kleinen. Er seit langem mal wieder enthechtet. War wirklich überfällig. Aber schon läuft es wird spät. Ich hab gerade hier wechselt. Barsche wurde schon gefangen. Und dieser kleine Hecht. Alles wirklich klein. Der darf hier auch wieder sein Element drin. Auf jeden Fall. Der ist nicht maßig. Da musst du drin mein Freund. So. Erster Hecht seit, ich hab keine Ahnung. Ich glaub da war es noch echt kalt. Mai? Oder so. Schon lange nicht mehr gefangen. Gar nicht. Doch. Am Kölpingsieg hab ich euch den letzten gefangen. Ich will jetzt Lava-Tasche. Ich hab euch vorgewarnt. Ihr könnt heute länger dauern. Hier nochmal der Volksköder. Man kennt ihn. Ein 60er Hitsch. Ja. Wie man sieht. Ich hab Fluo dran. Das muss ich jetzt erstmal neu machen. Weil mit Hecht. Wie gesagt. Wir haben jetzt seit ein Vierteljahr kein mehr gefangen. Klar kann immer passieren. Aber er hängt gut. Aber trotzdem. 1,2 10er sind hier rein gekommen. Ein bisschen aufgeraut. Also eben mal Montage neu. Und dann gehts weiter. Ja wirklich schön nochmal wieder eine andere Fischer zu sehen. Ne. Also in der letzten Zeit haben wirklich viele viele Barsche gebissen. Wir waren auch auf Barsche natürlich auch aus gewesen. Aber das war mal eine gelungene Abwechslung jetzt. So. Ja. Hätte auch ein Sonnenbarsch noch sein können. Aber er wollte nicht. Der Sonnenbarsch wollte nicht. Ich wollte. Oder so. Irgendeiner wollte nicht. Ist ja egal. Gut. Jetzt werde ich auch mal einen anderen Köder ran machen. Also Jigspinner geht jetzt ab. Und jetzt werde ich auch mal einen Wobbler oder vielleicht einen Oberflächenkühler ran machen. Aber wir haben halt auch ein bisschen Zeit. Du sollst so oft Twitch-Bead wechseln. Du. Schweb da wieder weg der Barsche. Ich mache es auch anders rein. Auf alle Fälle ja. Ja genau. Weil direkt der nächste Wurf nach dem kleinen Hecht. Ein kleiner Barsche. Das ist ein Tierrechtchen. Genial. Du. Zwei hinterher gekommen. Und zack. Siehste. Macht man mal einen größeren Köder ran. Läuft es gleich anders. Schön. Gleich viel besser. Gleich viel besser. So. Lässt du mich jetzt weiter eincremen? Nein. Ach nee. Schöner Fisch. Der nächste schöne Barsch. Läuft. Kann man nicht anders sagen. Das läuft wirklich. Also an jeder Stelle wo wir anhalten, gibt es Fisch. So. Du hast schon lange gedauert deine Kamera, Fummel. Ja, das ging gerade nicht. Sorry. Gerade eben habe ich mir gesagt, ich habe einen Hecht als Nachläufer. Ein Wurf später. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay. Haken ist schon mal raus. Hängen wir nur ganz knapp. Aber das spart mir ganz viel Fummel. Auf jeden Fall. So. Zweiter Hecht für heute. Da haben wir den guten. Vielleicht einen Zentimeter größer als der alte. Der alte sagt. Der andere natürlich. Trotzdem. Schöner Hecht. Ehem mal sehen und ehem mal fangen. Läuft bei mir. Du bei mir auch. Bei dir auch. Geht die ganze Zeit so, ne? Ja. Wahnsinn. Vor allem, wenn du die Kleen fängst. Hör mal auf. Der ist größer. Ja, das stimmt. Mann, ist das ein Tag, sag ich dir. Eigentlich wollten wir ja Topwater angeln, ne? Komplett anders gekommen, weil es einfach gut auf Jigspinner lief. Und die ganze Wobbler Geschichte, die wir jetzt auch nochmal so getestet haben, lief ja auch ganz gut. Und jetzt ist die Zeit einfach mal vorbei. Also Topwater, was wir eigentlich machen wollten, können wir heute knicken. Aber ist ja egal. Wir haben kaum was gesehen an der Oberfläche. Hat kaum was geraubt. Ab und zu hat mal der Rapfen geklatscht. Aber die Barsche waren aktiv. Aha. Aha. Der ist erstmal doof geblieben mit der Kamera gerade eben. Ja. Das wird wahrscheinlich auch der Abschuss für Sperren, wa? Das könnte unter Umständen der letzte sein. Aber man kennt es ja. Letzten Wurf. Allerletzten Wurf, ne? Also jetzt könnte vielleicht noch jener kommen. Aber auf alle Fälle, schöner Barsch. Tschüss, Rü. Danke. Was hier aussieht. Mann. Ich suche schon wieder heute. Meine Klettbänder fehlen schon wieder. Sind sie auch nicht drin. Gibt die Klettbänder ja. Die Klettbänder, ich hab die nicht. Jedes Mal verdattel ich die. Und du, hör auf hier. Nicht so in dem Ton. Ne. Mann. Das wird sauer. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben nur gut gefangen. Chris, du kannst keine Klettbänder gehabt haben. Warum? Ja. Die da. Ach, die war ja neu. Die war neu im Futteral drin. Gut. Hat sich das auch erledigt. Drei Minuten des Lebens. Völlig umsonst hier auf dem Bode sucht. Oh Mann. Na gut. So. Dann packe ich es mal so ein. So, Freunde des Angelsports. Wir sind jetzt durch. Es war wirklich ein toller Angeltag. Muss man echt mal sagen. Genau. Wir haben unseren Vormittag hier sehr schön in den Barschen und in den Hechten. Wir haben Hechte gefangen. Uh. Du hast Hechte gefangen. Ja. Das ist hier Bootsleistung. Hätte ich nicht hier um so Ego-Trips. Wir haben die gefangen. Also ihr habt Barsche gesehen. Ihr habt Hechte gesehen. Ihr habt leider keine Top-Voter-Fische gesehen. Aber. Vollkommen egal. Na wir haben es ein bisschen umgewandelt jetzt. Weil es einfach so gut gebissen hat. Ja. Ein Sonnenbarsch. Hat auch gebissen. Vom Boot leider. Naja. Abgefallen. Ich muss es nochmal sagen hier. Ja. Zum dritten Mal ärgert er mich damit, damit ich den Sonnenbarsch verloren habe. Du fängt man nicht alle Tage. Ne. Auf Rücksspinner. Der war ja auch relativ groß. Der war ja schon so Handgröße. Schade. Hing zu knapp. Egal. Was soll's. So. Bevor die anderen Boote jetzt in den Hintergrund kommen. Die uns jetzt gleich hier ärgern. Ja. Machen wir jetzt erstmal Schluss Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn das wieder heißt. Angeln mit dem oder Spreeangler. Bis dann sagen wir Petrischer und. Macht's gut. Gut!